Schloss Beugen, auch Buchheim, Buchein, Biefscheim, Bücken, Beukheim oder Beuken genannt, ist ein 20 Kilometer östlich von Basel am baden-württembergischen Ufer des Rheins auf dem Gebiet der Stadt Rheinfelden im Landkreis Lörrach. Gelegenes ehemaliges Wasserschloss. Die Anlage diente 560 Jahre lang als Sitz des Deutschen Ordens in der Barleischwaben-Elsassburg-Une, sie ist heute die älteste noch erhaltene, kommende dieses Ritterordens überhaupt. Nach der Auflösung der Deutschordens kommende im Jahre 1806 wurde das Schloss während der Befreiungskriege gegen Napoleon Bonaparte zwei Jahre als Lazarett genutzt. Einer Theorie zufolge soll Kaspar Hauser, dessen Identität bis heute nicht geklärt ist, zwischen 1815 und 1816 anderthalb Jahre im Schloss gelebt haben, ab 1820 bis 1980 war es ein Kinderheim. Bis Ende 2016 dient Schloss Beugen noch als Tagungs- und Begegnungsstätte der Evangelischen Landeskirche in Baden sowie Ort verschiedener Veranstaltungen. Geschichte Der Deutsche Orden 1246 bis 1806. Das Schloss wurde 1268 vom Deutschen Ritterorden fertiggestellt und geht auf eine Schenkung vom Reichsministerialen Ulrich von Liebenberg vom Mai 1246 zurück. Dieser erwarb das Herrschaftsrecht von einem Ritter-Mangold von Beugen, der die Burg Backein aufgrund hoher Schulden verkaufte. Die Schenkungsurkunde nennt neben dem Hofbackein eine Kirche und seine Burg da selbst. Mit der Kirche ist die alte Pfarrkirche St. Michael der Gemeinde Karsau gemeint. Der Standort der Burg ist unklar. Vermutet wird, dass sie auf der Anhöhe nördlich von Beugen stand, auf Höhe der dortigen Rheinbiegung. An die Burgstelle erinnert die auf diese Anhöhe führende Börstelstraße. Der Schenkung wohnten weltliche und geistliche Vertreter bei, wie der damalige Bischof von Basel, Leuthold II, von Rötteln. In der Nachfolge der kommende Rohfach kam Beugen vom Ende des 13. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts die führende Rolle in der Ballei, Schwaben, Elsassburg und zu. Der Schenkung Ulrichs von Liebenberg folgte kurze Zeit darauf im Jahre 1247 ITA von Klingen, geborene von Tegerfelden, die ebenfalls ihre Besitzungen in Beugen der Deutschordens kommende vermachte. ITA von Tegerfelden und Ulrich von Liebenberg scheinen miteinander verwandt gewesen zu sein. Dies lässt sich aus einer Urkunde vom 1. August 1248 schließen, worin Ulrich von Liebenberg auf alle seine Rechte an die der kommende Beugen übergebenen Erbe der ITA von Tegerfelden verzichtet. Vermutlich um 1443 oder 1444 als Beugen endgültig in das vorderösterreichische Territorium eingegliedert war, wählte man die kommende Alshausen zum Hauptsitz der Ballei. Wirtschaftlich waren die Einnahmen von Beugen Anfang des 15. Jahrhunderts mit 1797 Gulden gegenüber denen von Alshausen mit 2155 Gulden ähnlich. Hoch andere kommenden in der Ballei waren weit abgefallen. Dass der Orden trotzdem die Verlagerung des Hauptsitzes von Beugen nach Alshausen vornahm, hatte zwei Gründe. Zum einen war Alshausen geografisch weniger exponiert als Beugen und damit von französischen Raubhorden nicht so gefährdet. Zum anderen erhielt Alshausen bereits 1389 die für die Festigung ihrer Macht wichtige hohe Gerichtsbarkeit zugesprochen. Beugen erhielt sie erst Ende des 18. Jahrhunderts. Während der Bauernkriege wurde Schloss Beugen im Mai 1525 erstürmt und geplündert. Dabei vernichteten die Bauern auch viele Dokumente ihrer Abhängigkeit. Der Kommtur Ludwig von Reischach floh nach Basel und wurde dort evangelisch. Aus der Erfahrung der Bauernkriege ließ Reischachs Nachfolger Georg von Entlau die Befestigungsanlage verstärken und den Burggraben vertiefen und mit Wasser aufstauen. Er ließ eine zweite Ringmauer mit fünf Rundenwehrtürmen errichten und das alte Tor zugunsten des 1534 erbauten oberen Tors mit größerem Durchgang zu Mauern. Zwischen 1585 und 1598 wurde das neue Schloss erbaut. Auch während des Dreißigjährigen Kriegs war das Schloss immer wieder Ziel von Angriffen und Plünderungen. Die Schweden belagerten und eroberten zweimal 1633 und 1638 von Beugen aus die Stadt Rheinfelden. Sechs Tage nach Abschluss des Westfälischen Friedens am 30. November 1648 gab der elsässische Landkompturstein der Mergentheimer Ordensregierung einen umfangreichen Bericht ab. Neben Straßburg, Rufach, Müllhausen, Basel, Entlau, Gebweiler und Kaisersberg war auch die kommende Beugen lange Jahre als Besitz abhanden gekommen. Die Baleihäuser hatte insgesamt 12.400 Gulden an Satisfaktionsgeldern an die Schweden abzuführen. Beugen zählte zusammen mit Freiburg im Breisgau und Müllhausen zu den drei Baleihäusern, die den vorderösterreichischen Territorialhoheiten unterstellt waren. Diese habsburgische Vorherrschaft stand im Gegensatz zu den Ordensprivilegien und so versuchte der Deutschritterorden sich im 16. und 17. Jahrhundert dem unliebsamen habsburgischen Einfluss zu entziehen. Was allerdings misslang. Von 1752 bis 1757 wurde das Schloss nach Entwürfen des Ordensbaumeisters Johann Caspar Becnetou im barocken Stil umgebaut und durch einen Erweiterungsbau ergänzt. Wodurch es mehr als die doppelte Größe erlangte, der Schlossgarten wurde ebenfalls barockisiert und erweitert, eine Ornerie wurde erbaut. Zunächst noch von der Säkularisation im Reichsdeputationshauptschloss von 1803 verschont, wurde 1806 auch der Deutsche Orden enteignet. Die Schlosskirche und die ehemalige Firmerie gingen in den Besitz der katholischen Pfarrgemeinde Kasau über. Der Rest der Anlage wurde der großherzoglichen badischen Domänenverwaltung übergeben. Der Schlossgarten ist seither nur noch in Grundstrukturen erhalten. Die Ornerie wurde abgebrochen, die Orangenbäume wurden nach Basel verbracht. Liste der Komptur in Beugenlazarettzeit 1813 bis 1815 in den Befreiungskriegen dienten ab Dezember 1813 die nach der Säkularisation zunächst Leer stehenden Gebäude als Kriegslazarett für die österreichische Armee Schwarzenbergs. Schwarzenbergs böhmisches Heer, das zwischen Genf und Wissenburg lag, hatte sein Quartier in Lörrach aufgeschlagen und benötigte geeignete Unterkünfte hinter der Frontlinie. Das zu dieser Zeit verlassene und ungenutzte Schloss wurde von der österreichischen Armee zum Feldlazarett erklärt. In wenigen Wochen wurde das Schloss und seine Nebengebäude vollständig mit Kranken und Verwundeten gefüllt. Die Verwundeten litten unter Typhus, Pocken und anderen Seuchen. Pfleger und Ärzte waren überfordert. Teilweise grassierten die ansteckenden Krankheiten bis in die benachbarten Ortschaften. Zudem reichten die Medikamente für die Kranken nicht aus. Da das Personal die Krankenseele nicht mehr betreten wollte, wurden an manchen Türenöffnungen zum Hindurchreichen von Essen durchgebrochen. Diese Aussparungen sind an den Türen noch heute zu erkennen. Etwa 3000 österreichische und 300 deutsche tote Soldaten aus diesem Lazarett wurden in einem Massengrab in der Nähe des Schlosses beigesetzt. Zum Gedenken wurde am 25. Juni 1911 ein Denkmal nahe der Bahnlinie errichtet. Die etwa 100 Meter östlich der Anlage verläuft, das Schloss blieb für fünf Jahre im Zustand völliger Verwahrlosung. Angeblicher Aufenthalt Kaspar Hausers im Schlossbeugen einer Sage zufolge wurde Kaspar Hauser als Kleinkind im Schlossbeugen versteckt gehalten. Er soll aufgrund einer höfischen Intrige der in der Wiege mit einem sterbenden Kind vertauschte badische Erbprinz gewesen sein. Als möglicher erster Ort der Gefangenschaft des Jungen gilt dem nach Beugen. Angeblich wohnte Hauser dort um 1815 16. mit einer vermeintlich aus Ungarn stammenden Kinderfrau entweder im Pfarrhaus, in dem kleinen Teehaus im Schlosspark, oder nach der ZDF-Fernsehdokumentation Mordfall Kaspar Hauser in einem angeblichen Geheimverließ im alten Pfarrhaus. Der Raum war provisorisch zugemauert und ist erst während der Dreharbeiten nach Genehmigung durch das Landesdenkmalamt geöffnet worden. Das Filmteam fand auf einem Balken in Höhe die archaisch-anmutende Rötelzeichnung eines Pferdes. Die Herkunft und der Verbleib der Zeichnung sind unbekannt, eine Stellungnahme durch das Landesdenkmalamt in Freiburg liegt nicht vor. Später soll Kaspar auf Anordnung des badischen Großherzogs Ludwig nach Pilsach in der Oberpfalz gebracht worden sein, ehe er 1828 auf dem Unschlittplatz in Nürnberg als Mensch mit rätselhafter Herkunft auftauchte. Die Geschichtswissenschaft verneint diese Vermutungen. Der Archivdirektor am Bayerischen Hauptstaatsarchiv und Professor für neuere Geschichte Reinhard Heidenreuther urteilt im Überblick. Spätestens nach Lindesbuch waren sich die Historiker weitgehend einig, dass Kaspar Hauser nicht der 1812 geraubte und vertauschte Sohn Großherzogs Karl und seiner Frau Stefanie Debe auch analisch gewesen sein konnte. Anführungszeichen Der Historiker Fritz Trautz geht noch einen Schritt weiter. Das einfältige Märchen, das bis heute viele Federn bewegt und viel Glauben gefunden hat, ist in dem Buch von Otto Mittelstädt über Kaspar Hauser und sein badisches Prinzentum ausführlich widerlegt worden. Am Anfang des Gerüchts um Hausers Aufenthalt in Beugen standen die aus religiösem Fanatismus zu erklärenden Verleumdungen des ehemaligen, evangelischen geistlichen Johannes Samuel Müller, der zum Katholizismus konvertiert um 1830 Domprediger in Pressburg war. Müller versuchte die ungarische Baronin Marianne von Mardenji und deren frühere Gouvernante Anna Dalbonne, geborene Fries-Ako-Austriest und zum Zeitpunkt der Schmähungen bei der Gräfin von Palfi in Diensten, als Zeuginnen für seine Verleumdungen zu verwenden. Als dies misslang, zumal Baronin von Mardenji ihn wegen der Misshandlung ihres Sohnes als Erzieher entlassen hatte, beschuldigte Müller beide Frauen Kaspar Hauser eingekäckert zu haben. Die gerichtlichen Untersuchungen erwiesen die Unhaltbarkeit der Anschuldigungen. Doch die beiden Damen sind nie wieder aus den Kaspar-Büchern verschwunden, obwohl sie ursprünglich nicht einmal in Müllers Denunziation irgendetwas mit Kaspar Hauser zu tun. Anführungszeichen Die publizistische Öffentlichkeit um 1830 verknüpfte das noch junge Gerücht um Hausers badische Abstammung mit den Verzerrt wiedergegeben. Nachrichten aus Ungarn und unterstellte der Gouvernante Anna Dalbonne enge Kontakte zum badischen Hof in Karlsruhe. Gegen die alte politische Ordnung gerichtete. Republikanische Anklagen in Romanform bedienten sich dieser Spekulationen und spätere Plagiate unpolitischer und anonymer Autoren bauten sie aus. Diese Vorgeschichte legte den Boden für den Glauben vom zeitweisen Aufenthalt Kaspar Hausers in Beugen. Einige real existierende Namen und der Schauplatz Südbaden waren literarisch eingeführt. Als der Kaspar Hauser-Forscher Fritz Klee 1929 die Gerüchte zu erhärten suchte und neben einem rätselhaften Flaschenpostfund am Oberrhein aus dem Jahre 1816 von Hauser skizzierte Wappen als der stärkste Indiz für seinen Aufenthalt in Beugen hielt. Seiner Meinung nach wiesen sie eine große Ähnlichkeit mit dem Beugener Konturwappen auf. Doch Hauser hatte die Wappenskizzen offenbar unter der Beeinflussung seines Lehrers und Pflegevaters Georg Friedrich Daumer angefertigt. Zudem kurze Zeit nach der Befragung einer Somnambulen-Hellseherin, die im Beisein Hausers erstmals ein Wappen erwähnt hatte. Der Vormund Kaspar Hausers Baron Gottlieb von Tucher Berichtete über die Entstehung der Zeichnungen am 25. Dezember 1829 dem Ansbacher Gerichtspräsidenten Anselm von Feuerbach und stellte fest, welche Ähnlichkeit mit dem von der Somnambulen beschriebenen Wappen. Ausrufezeichen Anführungszeichen Der Historiker und ehemalige Direktor der Staatlichen Archive Bayerns IV O. Stedinger setzte sich eingehend mit den Mutmaßungen Klees auseinander und kritisierte unter anderem, dass die Wappenzeichnungen dem von 1806 bis 1835 in Gebrauch gewesenen bayerischen Staatswappen entlehnt seien. Tatsächlich gibt es keine Anhaltspunkte für einen Aufenthalt Kaspar Hausers in Beugen und Pilsach. Denn die Quellen geben für eine solche Behauptung nichts her. Evangelisches Kinderheim 1820 bis 1980 am 17. April 1820 richtete die Deutsche Christentumsgesellschaft unter Leitung von Christian Friedrich Spittler und Christian Heinrich Seller ein Seminar für armen Lehrer und ein Erziehungsheim für verwahrloste Kinder ein. Vier Wochen später umfasste der Haushalt zehn Schullehrer Zöglinge, 20 Jungen, 10 Mädchen. Dazu zehn Personen für die Hauswirtschaft sowie die Leitung von Seller und seiner Familie. Vorbild des Anstaltsgründers war Johann Heinrich Pestalozzi, der im Sommer 1826 die Kasekundenheim für vier Tage besuchte und sich von der Arbeit Zellers beeindruckt zeigte. Ausbildung von Kindern, wie sie auf Schlossbeugen praktiziert wurde, war zu dieser Zeit nur der Oberschicht vorbehalten. Damit gilt die Initiative von Seller als Vorreiter für die innere Mission. Das Kinderheim wurde Vorbild zahlreicher ähnlicher Einrichtungen im Südwesten Deutschlands. Ab dem 25. Mai 1877 war das Kinderheim eine Schweizer Einrichtung auf badischem Boden. Das Schlossamt Landbesitz wurde von der badischen Domäne für 50.000 Gulden erworben. Der Schweizer Schriftsteller und überzeugte Anhänger der NS-Ideologie Jakob Schaffner war als Kind von 1884 sieben Jahre im Kinderheim. Seine dortigen Erlebnisse verarbeitete er im Roman Johannes, Roman einer Kindheit. Der Marburger Maler und Illustrator Otto Obelode zeichnete in der Zeit von 1912 bis 1916 eine Vielzahl von historisierenden, aber auch realen Darstellungen von Schlossbeugen. Es besteht die Möglichkeit, dass Obelode in dieser Zeit angestellter Zeichenlehrer des Kinderheims war. Zur Zeit des Dritten Reiches weigerten sich die deutschen Jugendämter mit der Schweizer Leitung zusammenzuarbeiten. Am 28. Juni 1937 fand die Gründung des Vereins der Freunde des Kinderheims Beugen in Lörrach statt. Evangelische Religionslehrer wurden zwischen 1946 und 1953 in Beugen ausgebildet. 1954 ging das Anwesen von der Basler Mission in den Besitz der Evangelischen Landeskirche in Baden über. Bis 1980 diente Beugen als evangelisches Kinderheim und Lehrerseminar. Im Heim waren zwischen 80 und 100 Kinder untergebracht. Die Konzeption der Großfamilie überholte sich und neue pädagogische Strömungen ließen die Zahl der Einweisungen in das Kinderheim zurückgehen. Auch die 1978 neu gebaute Schule konnte diese Entwicklung nicht mehr umkehren. Das Kinderheim wurde deshalb 1981 endgültig geschlossen. Heute befindet sich auf dem Gelände eine Außenstelle des Kinderheims Töllinger Höhe. Seit dem 5. Februar 1985 wird das Schloss als evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte genutzt, die dem Verband christlicher Hotels angeschlossen ist. Im Vorfeld wurde dazu am 13. Mai 1983 von den Kirchenbezirken Freiburg, Müllheim, Lörrach, Schopfheim und Hochrhein, der Verein Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte Beugen e.V. gegründet. Die erste Umbauphase dazu war 1989 abgeschlossen. Das Haus der Kirchenmusik, eine Aus- und Fortbildungsstätte der Evangelischen Landeskirche in Baden für Kirchenmusiker, ist dort untergebracht. Dazu bieten 15 Tagungsräume und Seele sechs bis maximal 200 Personen Platz. Auch die Schlosskirche kann für Anlässe gemietet werden. Neben einem Gastronomie-Service bietet das Schloss auch 54 Gästezimmer an. Vom ADFC wurde dem Schloss das direkt am Rheintalfernradweg, Südschwarzwaldradweg und an der regionalen Touristikroute mythische Orte am Oberrhein liegt das Qualitätszeichen Bett plus Bike verliehen. 2010 erhielt das Tagungshaus von der Landeskirche das Umweltzertifikat grüner Gockel. Neben hauseigenen Tagungen und Gottesdiensten finden Seminare und Feste im Schloss Beugen statt. Außerdem ist das Gelände alljährlich Standort einer Kunsthandwerker- und einer Gartenmesse sowie weiterer Veranstaltungen. 2005 siedelte sich die Kommunität Beugen in Schloss Beugen an. Vor einigen Jahren wurde im Bereich des ehemaligen Barockparks ein Bodenlabyrinth angelegt. 2006 entstand im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Empfangs und der Speiseräume im Schlossgarten ein Bibelgarten, in dem im Juli 2010 die Jahrestagung des Netzwerks der Deutschen Bibelgärten stattfand. Im Zuge des Neubaus des Wasserkraftwerks Rheinfelden musste ab 2008 DK Sekunden Schlossfundament gesichert werden, da sich durch den Rückstau der Wasserspiegel des Rheins an dieser Stelle voraussichtlich um 1,40 Meter heben wird. Dazu wurden die Grundmauern mit Folien und Injektionen abgedichtet. Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die bis ins Jahr 2009 dauerten, wurde der südliche Innenhof der Schlossanlage und die Bepflanzung erneuert. Vor der dem rein zu gewandten Fassade des alten Schlosses wurde eine kleine neue Uferterrasse angebaut. Verkauf der Anlage an einen privaten Investor. Die Synode der Evangelischen Landeskirche Baden hatte im April 2014 grundsätzlich den Verkauf der Tagungsstätte beschlossen. Am 20. April 2016 hat der Landeskirchenrat den Verkauf von Schloss Beugen an den Architekten Kai Flender bewilligt. Der tatsächliche Übergang des Objekts an den neuen Eigentümer wird zum Jahreswechsel 2016-2017 erfolgen. Kai Flender besitzt mit dem Schloss Tiengen bereits eine historische Anlage. Die künftige Nutzung ist noch nicht ganz geklärt. Die Landeskirche hat im Kaufvertrag jedoch gewisse Absicherungen gegen eine unangemessene Nutzung eingebracht.